9. November 1918. Revolutionäre Kräfte stürzen die veraltete Monarchie. 9. November 1989. Unter dem Druck der Bevölkerung fällt die Berliner Mauer. 9. November 2019. Im Sektor versammelt sich eine Horde Hedonisten. Im Laufe der Nacht ereignen sich Szenen ekstatischer Erleuchtung. Eine eigentlich zwecklose Feierei führt aus Versehen zur kollektiven Erkenntnis. Die ahnungslosen Raver befreien sich von den Fesseln der Idiotie und erklimmen in den Morgenstunden eine neue Stufe der menschlichen Evolution. Diese Nacht wird als November-Evolution Geschichte schreiben. Die Redelsführer. Brian Sanhachi live. Zurück aus dem Exil. Simo Lorenz. Sowie weitere Partisanen. Und im Parallelkosmos die Lokalhelden. !